Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Super-Auto-Pads zusammen mit Apfel Hallo 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 Jetzt kommt doch nichts mehr auf mich Jetzt kommt doch nichts mehr gesagt Okay, end turn Okay, bist du auch im Kampf? Ja Okay Clean citizens gegen subten parts Fuck Fickente Das ist schlecht Nein, gib mir doch was Gutes Bist du auch im Kampf? Ja Okay Juga, sie sind an der Ente Die hat einfach Boost von fünf Pferden gekriegt, was erwartest du? Von vier Pferden, vier Pferde Pferde sind, wenn es drauf ankommt, natürlich gut Okay, wird taktisch ein bisschen gespielt Oh fuck, die Büffel Ja Der Büffel ist schlecht Das ist sehr schlecht Ich hab keinen Büffel Der Büffel ist zu krass Der Ficker Der Büffel kennt, Digga Ja diesmal nicht Wie hab ich das noch gedreht? Wie hab ich das noch gedreht? Ich weiß es nicht Oh Gott Oh dear Oh dear Du 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 Waiting for opponents Ja, ich muss hier noch was machen Okay, ich hab Ich hab nur Angst, dass es schon wieder Nee, 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 alles gut Und wieder Todes Oh nein, nicht das Schaar Das Schaar ganz vorne Da kann ich den, den Tipp geb ich dir Schaar ganz vorne ist schlecht Weil es zwei, äh, Böcke spawnt Und du, und die halt ganz vorne nicht, äh, auftauchen Ah, bro Den Tipp geb ich dir Lange, lange Heute find ich mein Gündermodus Bro, gib mir doch was ich will Oder was ich brauchen kann Ah Es ist ungewohnt Das ist das erste Video, was ich mache mit Facecam rechts Der, der scheiß Delfin Ich schwör Du bist zurecht überfischt Alter Der Hase Der Hase geht ja richtig Oh yeah Oh yeah Oh fucking yeah Du bist so gefickt, bro Du bist so gefickt Du bist so gefickt Freut mich zuhören, wow Oh no Oh no Oh. Oh, Junge So schön Huh Ey, der Hase Nei, der Hase Ja, er ist back! Ich liebe das. Ach, fuck! Ich liebe es. Scheiß Bus, Digga. Bus zu spielen macht so viel Spaß. Penguin, du bist zu spät. Es gibt einen neuen King in Town. Der Hase. Oh, ich mag's. Er muss auch sagen, ich hab schon die eine oder andere Spielstunde mehr als zu ihm gegeben. Das muss man dir mal zu... No! Das schlecht. Du dummer Ficker. Du dummer Ficker, du! Okay. 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 Das schlecht. Ich brauch den nicht. Oh yeah. Das ist schön. Ich bin vorbereitet diesmal auf deinen Scheiß-Delfin. Diesmal kriegst du mich nicht, Wichser. Aber ein Schaf, maybe. Ah, nee. Der Scheiß-Bus! Ah, der Bus. Oh, nächste Runde wird eine gute Runde, wenn du gewinnst. Ansonsten ist nächste Runde schon vorbei, oder? Yes. Ah, war schlecht für dich. Nein, wir haben wieder eine Acht-Minuten-Runde und du weißt, wie dann die Zweite ausgeführt. Wie, als wäre es gescriptet. Der Bus wird auch immer stärker irgendwie, hab ich das Gefühl. Ich fühle mich wieder scheiß scharf, ne? Der Bus hat dich überrollt. Scheiß Bus, Dig. Noch nie dich rollt. Bus und Hase. Ja, den Bus, hast du noch nie in dir gekriegt? Nein, ich hab den in Erinnerung ausgestattet. Nee, noch nie. Das ist schlecht für dich. Mein Team-Name ist schon wieder S-Tier. Nee, Hungry Streamers vs. Hot Ponies. Ah, Junge! Das war knapp. Ach, come on. Das will die Scheiße nicht. Du bleibst. Wer kannst du dir sonst wo hinstecken? Alter, scheiß Pipok. V. Wichser. Ja, ja. Ah, schlecht, schlecht. 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 Das ist schon wiederum. Okay. Verdammt, ich hätte den nicht überholen dürfen! Ich hätte den wenigstens schließen sollen! Ahhhh, schlecht, schlecht, schlecht! Alter, hast du ganz umgebaut! Ja, gefällt mir nicht! Ach, die Rude wird next, glaube ich. Die neue jetzt? Jetzt, ja, die kann ja insgesamt... Ich würde mal eine ganz... ...schwierige Taktik, die ich normalerweise nicht mag, wenn ich gegen die spielen muss. Oh, das sieht schlecht aus für mich. Als ob das ein Draw war! Brrrr, what the fuck! Ich kriege halt auch... Es ist halt auch nur so random, was der... ...was der Igel so alles umbringt und was nicht. ...schwierige Taktik! ...schwierige Taktik! ...schwierige Taktik! ...schwierige Taktik! Oh Gott, ich mag den Angriff von deinem Pfau nicht! ...schwierige Taktik! 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 Wie jetzt mit zwei... ...Fick-Pfaunen drankommt! Ey, du... ...deine Attacken killen halt doch instant, ne? Ja, das ist nicht... ...dammt... Jetzt kommst du wichser! Magisch, gefällt mir. Ich glaube, dass ich mit der Zeit nicht weit komme. Ich habe dich ein bisschen gekillt, aber nicht ganz. Ich war mit deinen Fick-Pfauen da. Ach, fuck you! Ich habe dich ein bisschen gekillt, aber ich habe dich ein bisschen gekillt. Ich habe dich ein bisschen gekillt. Look who's back! Ich weiß nicht, was hier eigentlich alles rumfliegt. Es ist mir ein Rätsel. Es ist mir echt ein Rätsel. Wie kannst du denn immer den scheiß Bus haben, Digga? Immer, vor allem. Jetzt kriege ich wieder nichts. Ja, scheiß auf den Apfel. Oder auf dich. Ich meine, dass Vogel gezwitsche im Hintergrund. Jetzt ist etwas Beruhigendes. Jetzt wirst du niemals raus. Oh nein. Komm, komm! Ich bin derом auf! Hold'em schlafen, ich bin der im Hintergrund. Nein, du bist zu, ich habe eine Möglichkeit. Oh nein! Oh nein! Monkey! Schon wieder Monkey? Wiss ich nicht! Ich glaub, dass man da schon einen großen, äh, leeren Fortschritt zur ersten Folge sieht. Hier bei uns. Oh. Das hat sich nicht so freundlich angehört. Du mit deiner scheiß Fliege, damit hast du die erste Folge vielleicht gewonnen. Aber nicht die zweite! Nicht die zweite! Ich bin auf der Fickfliege vorbereitet! Ja, nice! Beide wird es gewonnen! Lasst uns ein Like und ein Abo, wenn sie gefallen sind. Beim nächsten Mal wird es vorbei. Äh, ja. Und tschüss! 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 Tschüss!